Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. So, es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich melde mich zurück aus den Pfingstferien. Heute mit einer Podcast-Folge, die nicht zur gewohnten Zeit online geht, aber nichtsdestotrotz euch erreichen soll, denn heute geht es um das Thema Transformation. Und ich möchte heute am Beispiel des Gründerzentrums in Coburg, das wir gerade transformieren, demonstrieren, wie so eine Transformation stattfinden kann und dass möglichst nach dieser Podcast-Folge niemand mehr sagen kann, hey, mein Unternehmen, meine Institution, öffentliche Verwaltung und so weiter ist nicht transformierbar. Also das ist mein Ziel heute, euch so viel Impulse, so viel Impulse zu geben, dass ihr das im Idealfall nachmachen könnt oder zumindest motiviert seid, selbst mal an das Thema heranzugehen. Bevor wir starten, bevor wir so in die Details gehen und ich so ein paar Storys teile, möchte ich mal so den Unterschied skizzieren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Change und zwischen Transformation? Ich merke ganz oft in Gesprächen mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, dass es dort keine Klarheit gibt. Also dass nicht ganz so klar ist, was ist eigentlich ein Change-Management, was ist ein Transformations-Management. Um es ganz einfach und plastisch zu machen, stellt euch eine Raupe vor. Change-Management ist, wenn wir die Raupe besser machen. Breitere Reifen, Heckspoiler, vergolden, tiefer legen, das wäre also das Pimpen der Raupe, das wäre Change-Management oder der Change. Der Unterschied zur Transformation ist, dass diese Raupe zum Schmetterling wird. Das ist Transformation. Es verändert also alles grundlegend, es ersetzt Systeme. Also da reden wir nicht über kleine Veränderungen, kleine Änderungen am Unternehmen, an öffentlichen Verwaltungen oder Institutionen, Organisationen, sondern da geht es wirklich um eine krasse Veränderung. Die Digitalisierung ordne ich immer in den Change-Prozess ein, interessanterweise. Also das kannst du über Jahrzehnte machen, kannst du digitalisieren. Dann machst du mal hier einen Prozess besser, ersetzt mal hier eine Hardware, hier kommt eine neue Software rein, dann wird das verknüpft und so weiter und so fort. Und künstliche Intelligenz ist tatsächlich für mich so diese Transformation, die alles verändern kann, nicht muss, aber ist nicht zwangsläufig damit verbunden, aber in der Regel dort, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird, in der Zukunft noch viel mehr als heute, findet diese krasse Veränderung statt. Also diese krasse Transformation statt, um bei dem Wording zu bleiben. Genau, also das vorausgeschickt heißt, wie transformieren wir eigentlich unser Unternehmen? Und da fängt es beim Mindset an. Das heißt, ich muss erst mal verstehen, dass ich, wenn ich mein Unternehmen für die Zukunft wettbewerbsfähig machen möchte, für die Zukunft vorbereiten möchte, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass Transformation bedeutet, dass so gesehen am Ende kein Stein mehr auf dem anderen ist. Es hat sich alles verändert, ja, von der Raupe zum Schmetterling. Es ist anders als in den Zeiten der Digitalisierung, wo ich vielleicht sagen konnte, okay, dieses Jahr setzen wir uns mal auf die Prio-Liste, dass wir unseren Vertrieb digitaler machen oder automatisierte Prozesse einsetzen wollen und nächstes Jahr machen wir das Marketing. Das geht heute viel, viel schneller. Transformation ist explosionsartig durch künstliche Intelligenz möglich und auch zwingend erforderlich, wenn ich in diesem Game langfristig oder auch mittelfristig weiter mitspielen möchte. Das heißt, ich muss grundlegend darüber nachdenken, ob, und das ist eigentlich die Essenz des Unternehmens, ob mein Geschäftsmodell, das heute noch funktioniert und floriert, morgen noch genauso gut funktioniert. Wir sind in der Vergangenheit verwöhnt und auch nicht anders gewöhnt, zu sagen, never change a winning horse. Also wenn du ein Rennpferd hast, was die ganze Zeit Gold gewinnt und du super erfolgreich bist und so weiter und dann kommt so jemand wie ich um die Ecke und sagt, ey, du musst dein komplettes Geschäftsmodell transformieren durch künstliche Intelligenz, dann sagt derjenige vielleicht, nee, muss ich nicht. Ich habe ja schon ein Pferd, was die ganze Zeit gewinnt. Aber dieses Pferd, was bisher ja in dieser Pferderennbahn, in diesem Umfeld super funktioniert hat, funktioniert halt morgen nicht mehr, weil es dieses Umfeld nicht mehr gibt. Und das kann so schnell passieren, dass du einfach nicht sagen kannst, ah, okay, ich habe morgen ein anderes Umfeld, ich muss dann heute mal anfangen, die Prozesse zu transformieren, sondern es ist heute tatsächlich so, dass du gestern angefangen haben musst, zu transformieren, damit du morgen noch im Game bleibst. Und so dramatisch ist das ganze Thema. Vielleicht nicht für jeden spürbar, vielleicht nicht in jeder Branche, aber wenn ich mir anschaue, welche Entwicklung künstliche Intelligenz heute macht, wie viele Applikationen und KI-Modelle auf den Markt kommt, jede Woche, dann ist das eine Frage der Zeit, wann es auch deine Branche erwischt. Und deswegen, das soll ich jetzt hier keine Angst machen, sondern das soll dich vorbereiten auf etwas und vor allen Dingen dir den Unterschied klar machen, was ist der Unterschied zwischen Change und Transformation. Das betrifft übrigens nicht nur Unternehmen und deswegen habe ich heute auch ein Beispiel dabei, wie wir das mit dem Gründerzentrum machen. Gründerzentrum ist eine öffentliche Einrichtung, die im Wesentlichen durch öffentliche Mittel funktioniert oder Infrastruktur, Dienstleistungen und dergleichen bereitstellt. Und da wird ja oft gesagt, ah, es ist ja super, behebe ich eine Behörde umzubauen und so weiter. Und ich muss sagen, ja, das ist ein anderer Prozess als in einem Unternehmen. Es ist ein Unterschied, ob du allein in deinem Unternehmen entscheidest oder wenige Entscheidungsträger hast. Bei öffentlichen Einrichtungen hast du in der Regel Gremien, die du durchwandern musst und die du überzeugen und mitnehmen musst auf diese Reise. Und das ist komplizierter. Das gebe ich gerne zu. Das habe ich auch gelernt. Aber es ist machbar und darauf kommt es an. Und deswegen will ich das heute mit euch teilen, wie man das Ganze machbar machen kann. Ein ganz wesentlicher Punkt und das ist ein Punkt, der genauso im Change Management damals schon eine Rolle gespielt hat in Zeiten der Digitalisierung und in Zeiten der Transformation noch viel mehr eine Rolle spielt, ist der Punkt der Kommunikation. Also das heißt, viele der Change-Prozesse der Vergangenheit sind gescheitert, tatsächlich über 90 Prozent, das ist eine sehr hohe Zahl, sind gescheitert, weil die Kommunikationsstrategien gefehlt haben oder unzureichend waren. Was meine ich damit? Kommunikationsstrategien heißt, wenn du eine Veränderung im Unternehmen etablieren möchtest, musst du dir Gedanken darüber machen, wie diese Veränderung kommuniziert wird und wie diese Kommunikation dazu führt, dass die Mitarbeiter oder alle Beteiligten an diesem Prozess auf dieser Reise mitgenommen werden. Es geht dabei nicht so sehr um Überzeugung, es muss natürlich schon glaubwürdig sein und es muss natürlich auch erkannt werden, dass das ein Bedarf ist, der da momentan existiert, sondern es geht vielmehr darum, Transparenz herzustellen, transparent zu machen, was bevorsteht. Um zum Beispiel, ganz banales Beispiel, Ängste zu nehmen. Das war übrigens damals schon in Zeiten der Digitalisierung so, dass Digitalisierung per se abgelehnt wurde in den Unternehmen, zum Beispiel von Mitarbeitern, weil die gedacht haben, okay, wenn wir diese Prozesse alle digital machen, warum sollen wir denn noch morgen antreten? Also das ist die klassische Angst vor dem Jobverlust. Und die ist natürlich auch heute da durch künstliche Intelligenz und durch gewaltige Transformationsprozesse, die bei den Unternehmen zugange sind oder anstehen. Und deswegen ist es wichtig, diese Mitarbeiter oder am besten alle Mitarbeiter mitzunehmen. Ein schönes Tool dafür ist, um es gleich auch mal praktisch zu machen, ich habe das bei einer Bankenfusion mal gemacht. Und zwar habe ich einen Podcast eingesetzt. Es ging bei der Fusion darum, habe ich morgen noch meinen Arbeitsplatz, wenn diese beiden Banken zusammengehen, wo arbeite ich morgen, werden Filialen geschlossen und dergleichen. Also ganz viele Fragen, die die Mitarbeiter hatten. Und wir haben einen Podcast aufgesetzt, der nur intern gehört werden konnte. Also er war nicht öffentlich, sondern der war nur als interner Podcast für die Mitarbeiter gedacht. Und wir wollten mal ausprobieren, inwieweit das Tool oder dieses Medium lieber genutzt werden würde, als zum Beispiel im Intranet. Viele Corporates haben noch ein Intranet, da kannst du nachlesen, was da so alles abgeht. Und irgendwie schreibt der Geschäftsführer oder Vorstand dann irgendwie, was da so gerade an Veränderungen ansteht. Aber so wirklich interessiert das keinen. Also ich habe in keinem Unternehmen, die ein Intranet betreiben, irgendwie erfahren, dass die Mitarbeiter das lesen, sondern der einzige Content, der da konsumiert wird, ist das Mittagsmenü. Also was es in der Mensa dann irgendwie zum Essen gibt oder in der Kantine. So, das heißt, wir haben den Podcast gemacht und siehe da, 96% Hörerquote. Also 96% der Mitarbeiter haben sich jede Podcast-Folge angehört, die wir auf Sendung gebracht haben. Du kannst dir vorstellen, in dieser Podcast-Folge oder in diesem Podcast-Folgen haben dann Vertreter aus der Geschäftsführung, des Vorstandes, von Abteilungen oder auch von externen Beratern gesprochen, was verändert wird, was das für die Mitarbeiter bedeutet. Es wurden fragende Mitarbeiter beantwortet. Also es war ein richtig interaktives Format. Die Mitarbeiter konnten auch anonym ihre Fragen stellen, die dann im Podcast von den jeweiligen Verantwortlichen beantwortet werden. Und diese Kommunikation hat dazu geführt, dass diese Fusion dieser beiden Banken wesentlich einfacher vonstatten ging. Und dieses Tool setze ich übrigens auch im Gründerzentrum in Coburg ein. Das heißt, ich nehme meinen Podcast, den ihr jetzt hier hört und den ich schon seit vielen Jahren betreibe und nutze dieses Format, damit ich zum einen die Persönlichkeiten aus der Region zu Wort kommen lasse, aber eben zum anderen auch, um das zu teilen, was mir wichtig ist. Und das heute zum Beispiel soll vielleicht auch so ein motivierender Aufruf sein, dass viele öffentliche Einrichtungen über das Thema Entbürokratisierung nachdenken. Dazu habe ich übrigens einige Artikel bei LinkedIn veröffentlicht, weil es mir einfach wichtig ist, weil ich glaube, dass es kann nicht nur von den Unternehmen ausgehen, diese Transformation für unsere Wirtschaftsregion Deutschland zu ermöglichen, sondern eben auch von den öffentlichen Einrichtungen, Institutionen, Organisationen oder Verwaltungen, dass hier genauso an der Transformation gearbeitet wird. Und ich kenne viele Beispiele, wo das schon der Fall ist und wir sind eben auch eines davon, denn ich habe das Gründerzentrum im Grunde als öffentliche Einrichtung übernommen mit der Infrastruktur und den damals zur Verfügung gestellten Dienstleistungen. Und ich habe mir überlegt, wenn wir Startups wirklich helfen wollen, hier in der Region oder motivieren wollen, in unsere Region zu kommen, was ein Riesenvorteil, by the way, ist, also an dieser Stelle ein kleiner Werbeblock, weil viele Startups in den großen Startups-Szenen wie München, Berlin, natürlich Hamburg und so weiter, Köln schlicht und ergreifend untergehen. Es gibt einfach zu viele Startups dort. Das heißt, die kommunikative Power auf die Straße zu bringen, um sichtbar zu werden, das fehlt oft. Und das ist bei uns natürlich im kleineren Rahmen sehr viel einfacher gesehen zu werden und für uns auch viel, viel leichter, den Startups ganz konkret zu helfen. Wie machen wir das? Wir verknüpfen Startups mit etablierten Unternehmen und schaffen so eine Win-Win-Situation. Also man nennt es dieses Modell Venture Clienting. Das heißt, das Startup innoviert auf verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz. und das Unternehmen, das etablierte Unternehmen, profitiert quasi von diesen Entwicklungen, von diesem Innovationsgrad und kann das Produkt des Startups sofort einsetzen. Der Vorteil ist, das Unternehmen kann viel risikoärmer über solche Innovationen verfügen und das Startup überlebt, weil sie natürlich dadurch Einnahmen haben. Und dann können sich die beiden ein Jahr lang, zwei Jahre lang beschnuppern und wenn das etablierte Unternehmen der Meinung ist, wir müssen auch noch als Investor in das Startup einsteigen, dann haben wir die perfekte Situation geschaffen, wenn das Startup dazu dann entsprechend bereit ist. Also das mal so als ganz grob skizziertes Beispiel, wie wir das hier in Coburg machen und wir machen das aktiv. Das heißt, wir sagen nicht hier, Herr Mayer, das ist der Herr Schulze, bitte oder die Frau Mayer und die Frau Schulze, bitte nehmt mal Kontakt miteinander auf, sondern wir gehen wirklich aktiv in die Projektentwicklung rein und vermitteln hier nicht nur, sondern wir entwickeln dieses Projekt gemeinsam. Also setzen uns für das Startup, aber eben auch für unsere regionalen Unternehmen ein und das ist das Besondere. Das ist im Grunde so das Herzstück. Das Ganze und hiermit endet der Werbespot an dieser Stelle, also bewerbt euch gerne, wenn ihr in unserer Region als Startup euch niederlassen wollt. Das Ganze nennen wir AI Accelerator, also Beschleuniger. Wir wollen also als öffentliche Einrichtung dafür sorgen, dass dieser Prozess viel, viel schneller geht. Also man muss sich vorstellen, wenn ich als Startup einen Investor suche, dann dauert das Monate, das kann sogar Jahre dauern und das halten viele Startups einfach nicht aus. Die verhungern einfach auf dem Weg, nach Investoren zu suchen, weil das sehr zeitaufwendig ist und gerade jetzt in den Zeiten wie heute sitzt das Geld auch nicht mehr ganz so locker. Das heißt, ich muss schon sehr viel tun, dass ich überhaupt Investorengespräche bekomme. Und deswegen glauben wir sehr fest an dieses Modell und an diesen AI Accelerator, den wir Co-Venture nennen und sehen das als unsere transformative Aufgabe, eben nicht nur als öffentliche Einrichtung Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, also wie Büroräume zum Beispiel oder Coworking Spaces. Wir haben in Coburg zwei Standorte, in Coburg selbst die alte Kühlhalle und in Rödental. Da kannst du quasi dir einen Schreibtisch mieten oder bis hin zu einem großen Büro, Konferenzräume und so weiter. Alles, was du brauchst. Aber nur die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das wäre mir persönlich und auch aus der Perspektive eines Startups hier in unserer Region einfach viel zu wenig. Sondern ich brauche einfach einen Partner. Ich brauche eigentlich so eine Art Business Angel und als solche sehen wir uns auch, die mir sagen, wo kriege ich die nächste Förderung her? Welches Unternehmen ist spannend für mich? Mach mir die Tür auf, geh mit mir da rein und entwickle ein ganz konkretes Projekt. Also wir sind dann in der operativen Umsetzung des Projektes natürlich nicht mehr beteiligt, aber wir führen das Ganze so, dass wirklich dann auch ein Auftragsverhältnis zustande kommt und vermitteln dann quasi zwischen den beiden Parteien, sodass genau diese Win-Win-Situation entsteht. Ein Gründerzentrum bedeutet für mich eben auch und für mein Team genauso, dass die Innovation an erster Stelle nicht nur den Startups zugutekommt, weil sie damit ein außergewöhnliches Geschäftsmodell im Markt etablieren können, sondern eben auch den Unternehmen zugutekommt und beide in Kooperation, in Zusammenarbeit auch mit unserer Hochschule oder der Industrie- und Handelskammer, den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis bei uns und so weiter, dass die eben alle in einer Form orchestriert werden, damit das am Ende funktioniert. Und das ist auch das schnellste Ergebnis, was wir erreichen können. Wir brauchen natürlich mutige Unternehmen in der Region, das ist hier nochmal der Aufruf an alle Unternehmen, die das jetzt hier hören, sich daran zu beteiligen, Interesse zu haben. Es ist ein Wettbewerbsvorteil, ein Vorsprung, den ich in meinem Daily Business nicht erzeugen kann. Das ist eine Frage, die du dir jetzt an dieser Stelle einfach mal selbst stellen kannst, wenn du ein etablierter Unternehmer oder Unternehmerin bist. Wie hoch ist dein Innovationsgrad in deinem Unternehmen? Wie viel Zeit nimmst du dir wirklich, um an diesen Innovationen zu arbeiten, um dein Unternehmen zu transformieren? Und das ist der springende Punkt. Wir haben gerade gelernt, wie wichtig die Transformation ist in Zeiten der KI-Revolution und wie wichtig es sich auch dafür Zeit zu nehmen. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel auch von Google. Die haben nämlich gesagt, hier, pass auf, Mitarbeiter, ihr könnt euch 20% eurer Arbeitszeit dafür nehmen, etwas völlig anderes zu entwickeln, als das, woran ihr gerade arbeitet. Und so entsteht dann sowas wie Google Maps. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn du diese Kapazitäten nicht hast, hast du die Möglichkeit, über vielleicht auch dein Gründerzentrum vor Ort, auf die Innovationspower von Startups zurückzugreifen und auf deren fertige Lösungen zu setzen und die sofort auch einzusetzen. Also es ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, die du dadurch gewinnst, als wenn du dir anfangen würdest, ein Team aufzubauen, die Kompetenzen in deinem Unternehmen aufzubauen, da richtig rein zu investieren, um dann irgendwie nach Monaten oder Jahren vielleicht fertige Lösungen parat zu haben. Also wir gehen sogar so weit, dass wir die Startups auch hier in die Region holen. Also wenn wir zum Beispiel Unternehmen haben, die sagen, ich habe im Bereich HR ein Thema, also wie kann man mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel im Bereich HR neue Geschäftsmodelle aufbauen oder unser bestehendes Geschäftsmodell erweitern, dann gehen wir auch über unsere regionalen Grenzen hinaus und schauen, welche Startups könnten vielleicht als Kooperationspartner eine Rolle spielen und laden die dann nach Coburg ein. Also das nochmal als Beispiel dafür, wie man das Ganze gestalten kann und dass Transformation kein Privileg großer Konzerne ist, sondern dass das genauso ein Muss ist für jedes KMU, für jede öffentliche Einrichtung, für jede Institution oder jede öffentliche Verwaltung. Es ist ein wichtiger Punkt und es wird nun mal gesteuert und geführt durch das Mindset. Also wir hatten jetzt Mindset, wir hatten das ganze Thema Kommunikation und der letzte Punkt, den ich noch mitgeben muss und will, ist das Thema Kompetenzaufbau, das Thema Weiterbildung. Wir müssen es schaffen, indem wir, man sagt ja immer so schön, lebenslanges Lernen, also über lebenslang, also ich bin fest davon überzeugt, dass das genauso und nicht anders funktioniert, also dass wir wirklich immer wieder und immer weiter lernen. Ich lerne jeden Tag dazu und das ist ja auch das, was wirklich Freude macht, was einen persönlich weiterentwickelt, aber eben auch beruflich weiterentwickelt. Aber wir müssen dieses Training unserer Mitarbeiter, müssen wir als festen Bestandteil der Arbeit verstehen. Wir müssen besser verstehen, wie wir KI einsetzen. Ich diskutiere heute noch mit vielen Unternehmen, ob ChatGPT von OpenAI wirklich so eine großartige Lösung ist. Auch dazu wieder ein aktueller Post bei LinkedIn oder Co-Pilot von Microsoft. Da gibt es jetzt gerade wirklich umstrittene Feature, die da eingeführt werden sollen, die datenschutzrechtlich völlige Katastrophe ist. Das ist halt in Amerika anders als in Europa oder als in Deutschland. Darüber müssen wir uns im Klaren sein und uns überlegen, ob wir nicht doch professionelle B2B-KI-Lösungen in unseren Unternehmen einbauen. Warum? Weil wir unsere eigenen Daten verwenden können, weil wir individuell auf unsere Prozesse eingehen können. Aber das muss ich wissen. Und dieses Wissen kannst du zum Beispiel eben auch, ist auch Teil unseres Transformationsprogramms, im Afterwork Campus bei uns erfahren. Kostenfrei, ich wiederhole es nochmal, kostenfrei werden dort Seminare von wirklich renommierten Top-Experten, die wir einladen, in dieses Format vermittelt. Und das ist total wichtig, sich mit solchen Leuten zu vernetzen, sich in der Community entsprechend auszutauschen und natürlich das Wissen mitzunehmen. Und wenn es nur ein kleines Detail ist aus so einem Seminar, was ich dann in meine Firma oder meine öffentliche Einrichtung übernehme und dann verändere. Das ist der springende Punkt. Also Motivation, Begeisterung, Mindset, Kommunikation. Und der letzte Punkt für heute, und damit schließe ich diese Podcast-Folge, ist lernt um euer Leben. Lernen, lernen, lernen. Wissenvermittlung, Kompetenzen, Vorträge. Holt euch die Top-Experten in euer Unternehmen und lasst dort eine Keynote nach der anderen machen. Macht das online, macht das offline, alles was geht, sodass ihr ein Gespür dafür bekommt. Und da reicht es schon, wenn ihr euch in Resonanz begebt mit diesen Themen. Es ist gar nicht wichtig, ob ihr jetzt diesen Vortrag voll und ganz verständlich durchdrungen habt. Sondern es geht einfach darum, dass ihr ständig euch konfrontiert mit diesen Themen, um eine annähernde Idee zu bekommen, was mit künstlicher Intelligenz in deinem Unternehmen, in deiner Branche, in deiner öffentlichen Einrichtung möglich ist. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wenn dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat. Wenn du vielleicht selbst eine öffentliche Einrichtung betreibst und sagst, hey, das war jetzt für mich nochmal der Kick, wirklich einen Beitrag zu leisten für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaftsregion, hier mal über Transformation nachzudenken und nicht die ganze Zeit nur über Change. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ich bin raus, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. DIN